die Entschuldigung nie Kölzer auch von dem Punkt dort ist tot ein besonderes das wollen wir nicht geholfen waren für Sack nur ich hab hier gerade andere probleme da bringen jetzt kann er jetzt nicht mehr helfen was auch von der sommer mit der prüge zu schauen ich weiß denn der nur hat dabei wo das ist ein bisschen scheiße verdammt schon wieder abgekotzt aber verletze nur diese kompletten das war sie mal komplett komplett im alles im eimer und mit dem spiel ist hier abgeschossen aber trotzdem mit sogar der schuss im magazin ab und trotzdem stürzt du nicht auch mann wo das ungefähr beim sex das war ein geiler Schott Mr. Beo, Überraschung wo bist du denn? von oben oder von mit dem scheiß Flugzeug oder was Überraschung ach komm Julian, hör doch mal auf ich wollte ihn mit seinem Lieblingsgerät töten ach so, jetzt nimmst du es oder was? in der Tat ja das ist ziemlich ungerecht, weißt du, erst wenn man sie ablegen und dann ok ok, tschuldigung damit, komm ich mach nix kann ich dir irgendwie nicht ganz glauben ok komm, hier, ich mach so ok, dann hey, du bist der Pilb, komm wieder nach oben Moment auf mich ok, tschuldigung Mr. Pit, lenk ihn ab, Mr. Pit, lenk ihn ab Mr. Pit, lenk ihn ab Mann, hör doch mal auf, alter du bist Bracer damit ist ja wie eine Minute da, ne, stimmt was ist er denn? Ach, unter mir mhm wollen die doch zuerst Mr. Pit ich bin mal kurz auf, kann man das schiff ich bin mal kurz auf, kann man das ach so es auf, kann h 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 doch zuerst den anderen also nicht abkühlen ab und du bist immer mein bester kommt ja aber keine ahnung ist auch um gestiegen hast du schon den neuen skins nämlich meint ich weiß nicht für mich jetzt meinst man alter kris um zu papa nicht mehr aber nicht zu pappen das ist verpiss dich das ist verpiss dich ich fitte dich nicht können wir jetzt mal was anderes spielen und mit schmieden was der kreativzentrum das ist ein kreativzentrum b das ist ein kreativzentrum sag mal um also wenn ich euch damit einladen und wenn ihr kein Wettelpass habt könnte ich euch einladen und beim kreativzentrum da könnt ihr einfach irgendwas machen was nehmen okay und so christus hast du noch nie erzählt du fett sack ja wie denn ökbola ja kann ich mal ein bisschen gericht okay 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 grüß ja oh mein Gott ey muss ich bringe es alter von hinten wieder typisch ja bitte hau raus also man griss halt immer auf du ruch ins sohn alter ich krieg deine mutter noch oh oh alter man man ich wollte grad wenn du heiratest ladest du uns ein oder mal schauen mal schauen trinkt ihr denn bier oder alkohol ja natürlich will ich aber ich glaube du nicht chris oder alter der andere chris hallo ne ne der dicke nicht der dicke ist ne ach der ist dick oder was ich dachte der ist dünn ne der ist dick der ist dick ja er hat mich noch nie gesehen er labert nur achso nachgeholt ne da hast du mir noch mal ein foto geschickt ich hätte gesagt nachgeholt verdammt das ich brauchte was soll ich schon in einem blauen skin von Prozent von der Herausforderung ich nehme uns gehen in von der Herausforderung ist mir dabei ich habe den schon lange da ist sie vielleicht was brauchst du noch alles keine ahnung wie kriegt man den einfach die Herausforderung machen die sind schon wieder unter mir mhm 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 genauer mhm 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 das ist doch Prozent mhm was habe ich jetzt gesagt als er wenn er kann man mhm 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 na das soll es dann hoch Jungen und der hier noch kann man aufpackt herz und schüttelt mit guter zu holen wo die gewohnt das wieder nein man hat jetzt nur noch abrufen und nun So ein Bastard bist du. Was, ein 105er? Äh! Mann! Scheiße, hab ich gesagt. Ein kleines afghanisches Huchen-Sohn-Kind von meiner Mutter. Oh, schön, Alter. Ich feiere den. Ach, warum ist das so rauchig? Jetzt hast du schon wieder gepillt. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Nein, er will nicht verklopfen. Nein, hä? Danke, Mr. Pitt. Bitteschön. Hat er verdient. Ehrenmann. Oh, Alter, dein Mikrofon übersteuert voll. Was machst du damit? Er schiebt sich es im Kanal. Habe ich recht, Mr. Pitt? Nein, du hast leider Unrecht. Ich kann es leiser einstellen, da muss ich etwas reiser einstellen, dann ist es nicht so übersteuert, ja. Dann können wir vielleicht mal nicht ein bisschen mehr erhöhen. Was? Boah, mir juckt die Nase, Alter. Chris hat eine Kopfrasse. Was für ein Typ, Alter. Es gibt Typen auf diesem Planeten, Alter. Ah, schönes könnte ich gewesen sein, als ich jung war. Ach, ich war so. Schön, Schöne. Huch! Alter. Wie ist deine Mutter mal hoch gewesen? Boah, lass doch eine Zapfigen. åh, lass doch eine Zapfigen in. Lass doch eine Zapfigen sie...